Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Lars Reiter und wir sind in Folge Nummer 97 von Arvorion. Ja, wir haben den Sprung schon getan. Wir sind in dem Sektor, den Heimatsektor von diesem Händler war es glaube. Gucken jetzt einmal ins, sag schon, Ausrüstungs-Doc und der Thomas Stehler hatte geschrieben. Und ja, da gab es einige interessante Informationen, die ich euch gleich nach dem Intro nennen will. Bis gleich. Ja, da sind wir. Und der Thomas hatte geschrieben, dass ich ja hier immer schön forsche, was sich ja eigentlich für sinnvoll hielt. Und er hat dann mal so ein paar Zahlen aufgeschrieben, wo ich dann gesehen habe, wow, der hat ja vollkommen recht. Das geht ja gar nicht. Ein legendäres braucht fünf exotische. Fünf exotische brauchen wiederum dann 25 von den gelben, dann 625. Ne, 125 von den blauen glaube und dann 625 von den grünen und danach wäre, hat er schon gar nicht mehr geschrieben, 3125 fällige von dem weißen glaube. Und von den gefühlten 15.000, keine Ahnung wie viel oder vielleicht auch 16 grässlichen oder wie sie auch waren, brauchen wir nicht drüber reden. Also das mit dem Dingens hier sammeln und aufrüsten von irgendwelchen Einheiten, die ich hier meine, wo das Sinn macht. Boah, kann ich nicht drüber reden. Das bringt gar nichts. Kannst hier so einen Doppelten hier, den kannst du kaufen hier. Also wir müssen gedockt sein. Geschützkontrollsysteme, die kannst du also alles, was hochwertig ist, hier schon orange ist oder sowas. Selbst die gelben musst du schon überlegen, ne. Ja komm, wir fliegen da jetzt aber auf jeden Fall hin. Ich glaube, da brauchen wir ja doch noch ein paar schicke Sachen. Also können wir noch ein paar schicke Sachen kaufen. Also da müssen wir mal gucken. Was hat er noch geschrieben? Traktorstrahl ist klar. Habe ich natürlich hier wieder, ne. Ist auch super. Boah, habe ich mich jetzt verjagt, ey. Ich habe die ganze Zeit auf die Station geguckt und dann kam dieses Schiff mir in den Weg. Alter Schwede. Ne, das war falsch. Ich muss einen Traktorstrahl haben. Da sprachen wir gerade von einem Traktorstrahl, den ich noch nicht habe. Ja, Festeinbau, ne. War wieder mal so eine Geschichte. Habe ich ausgewählt? Ja, habe ich ausgewählt. Klingen wir gerade näher ran. Nein, wir sind noch nicht hin. Ach, das kann ja jetzt nicht sein, ey. Diese zwei Millimeter da. Ja, Festeinbau ist wichtig, ne. Damit die Reichweiten zum Beispiel besser werden, ne. Jetzt gucken wir gerade hier noch rein. So, nehmen wir erstmal das Geschützkontrollsystem. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh, 20 Sekunden. Ich habe eine Sekunde verpasst. Na super. Jetzt gibt es nur noch das. Voll toll, ne. Geschützkontrollsystem. 1 plus 1. Und grünes, brauchen wir nicht kaufen. 625 davon, um ein legendäres nachher zu haben. Sprechen wir nicht mehr davon, ne. Also unter dem, mit dem 25 hier, äh, brauchen wir nicht mehr anfangen, glaube. Und da ist jetzt nichts dabei. Aber hier gibt es einen Eisenbergbau-R-Geschützturm. Den kaufen wir auf jeden Fall. Weil den können wir ja direkt irgendwo einbauen. Und hier unten brauchen wir wieder nichts machen, ne. Das hat sich dann ja übrig, denke ich mal. Äh, ja. Oh, da gibt es richtig Asche für, für das Teil. 750.000 wird. Äh, Thomas hatte dann noch davon geschrieben, dass sich der Traktorstrahl fest einbaut. Das wollen wir mal gleich in Angriff nehmen, sonst haben wir es nachher wieder vergessen. Das war falsch. Wir müssen ins P rein. Systeme, hier, eins haben wir ja schon drinne, Sprungreichweite 13. Und da, festinstellieren, dann haben wir auch eine Sprungreichweite von keine Ahnung wie viel. So, den hier, da gibt es gar nichts mit fest einbauen, ne. Könnte man den fest einbauen? Ja, könnte man. Aber da steht nichts, dass es dann besser wird, oder? Also machen wir das auch nicht. Hier gibt es einen Schlot fair. Hier gibt es zwei Slots mehr, aber wir haben ja hier bei Weitem bessere, ne. Ah ja, und da wäre noch das Legendäre, ne. Aber das machen wir mal jetzt nicht, weil wir wollen ja was Besseres einbauen. Das waren ja hier waffnende Geschütztürme und das waren unwaffnende Geschütztürme. Den wollen wir ja auf jeden Fall einbauen, aber den bauen wir dann erst ein, wenn wir den Besuch gemacht haben, um zu gucken, ob unsere Waffen besser sind. So, das heißt, die sind alle richtig. Der geht sowieso nicht so weit. Das heißt, wir sind hier erst mal durch. Fliegen gerade weiter. Schauen nochmal in unsere ganze List hier rein. Was haben wir denn jetzt hier so? Ja, toll, ne. Fünf Handelssysteme haben wir. Ich glaube, wir fliegen zur Forschungsstation, bauen dann auch ein bisschen dran rum und vielleicht können wir sie noch gut verkaufen, ne. Wo ist die Forschungsstation? Da links irgendwo. Einmal da hin. Kriegen wir noch auf die Reihe, ne. Traktorstrahler waren da nicht drin, ne. Weißt du was? Fliegen wir da nicht hin. Wir machen wir hier noch ein bisschen bauen erst und hoffen, dass wir noch ein Slot mehr kriegen. Aber wir wollen ja noch ein bisschen Panzerung dran machen, ne. Panzerung. Haben wir die schon hier? Panzerung. Deikalswimper, aber dann die blauen hier. Ne, habe ich jetzt nicht hier. Trinkern wir mal Hülle. Machen wir mal hier Dingens rein, die Panzerung. So. Und dann wollen wir hier schöne Platte noch dran bauen. Jetzt nicht im Osten wegen der Platte, ne. Sondern, äh. Haben schon nicht genug Energie. Gehen wir aus dem Baumodus raus und halten wir gerade an, ob das dann besser wird. So, da stehen wir. Da ist gut. Jetzt nochmal rein. Ah, jetzt sieht es schon besser aus, ne. Aber wir müssen definitiv wohl noch Energie dabei haben, wenn wir jetzt die Platte dran bauen. Dann wird es wohl schwierig, ne. Wir machen definitiv schon mal eine Achse an. Und dann holen wir die Platte da raus. Und, äh. Machen die schon mal so lang. Dann machen wir die. Das können wir höher. Ich glaube, so ist schon ganz gut, ne. Die können wir so dran abbauen, oder? Dann können wir den Spiegel eigentlich ausmachen. Jetzt müssen wir hier bauen. Also, können wir wieder eine Etage tiefer machen. Wir machen jetzt aber so. So, wo ist es? Ich glaube, so ist es, oder? Zack. Der ist schon mal geklärt. Schusssicherweste von oben, ist klar. So, wir brauchen definitiv noch Energie. Den basteln wir hier unten irgendwo dran. Wir brauchen die Spiegelachse an. Der Würfelbauer kommt wieder durch. Haben wir schon angebaut. Richtig, sehr schön. Steuerung C, Steuerung V. Würfel ist passend. Würfel auf Generator. Generator eingebaut. Nö, diese Energie. Verstehe ich jetzt nicht, warum das nicht weggeht. So, Pitch. Jetzt brauchen wir noch eine Drehgeschwindigkeitsgeschichte, ne. Rotation, Korrekturdüsen. Ne, der ist hier, ne. Ne, Drehplatznämpfer ist das. Gibt's denn nicht in dem? Schildgenerator, geschützt und da ist ein Virus. Jetzt zeigt er mir gerade nix an und jetzt ist gut, oder was? Jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr, weil hier sieht es jetzt nicht so aus, dass da noch was rot ist. Das wurde auch in Rot, oder? Ist das Buggy? Jetzt zeigt er mir Pitch da an. Wenn ich jetzt den Virus fahre, ja, dann habe ich ihn schon ausgewählt und es ist gleich kommen, ist egal. Und der wäre nicht richtig. Müssen wir ihn drehen, ne. Der wäre auch nicht richtig. Müssen wir nochmal drehen. Der wäre der richtige dann. Ist das die richtige Ecke? Ich glaube schon, ne. So, haben wir es erst. Würde ich sagen, ne. Leute sind wohl genug da. Schiff können wir eher den Bauplatz verlassen. Achso, die Spitze wollte ich noch ein bisschen umgebaut haben. Jetzt haben wir so einen festen Kasten da. Na ja, komm, wir fliegen erst da ran. Achso, wir wollten noch gucken, ob, ne. Ich sag schon, wie wir was traktormäßig anbauen können, ne. Aber wir machen erstmal davor schon jetzt hier. Mit dem nur vier. Dann sind wir schon mal fünf. Kann ich so mit Shift auf einmal da rein switchen? Ne, ne. Nö. Steuerung was? Auch nicht. Orange. Da gibt es einen grünen für. Toll. Drei, vier. So, jetzt den da rein. Den da rein. Den und den. Und den. Und Horschen. Gibt einen weißen Kleider. Aber ja auch okay, weil wir hatten ja nur diese hellgrauen genommen. Jetzt haben wir den. Hyperraum. Machen wir die alle rein. So, was machen wir bei dem Hyperraum dabei? Geschützt Kontrollsystem. Batterieabgift. Generatorabgift. Traktorstallabgift. Machen wir mal hier so ein Generatorabgift rein. Vielleicht bringt uns das. Die Lady findet keine Astroiden mehr. Alles klar. Da hat es jetzt einen so eingegeben mit. Wahrscheinlich Energieverbrauch weniger oder sowas. Macht ja Sinn, ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich packe diese fünf da einfach mal rein. Zwei Generator-Upgrades. Antriebs-Upgrade. Ein Handelssystem. Und den C43-Detektor und gucken, was da rauskommt. Ein Handelssystem hat er uns gegeben. In weiß. Super. Und da haben wir ja auch genug von, ne? Da passt ihn ja schon eigentlich. Na ja, dann ist das so. Da gibt es jetzt noch ein Grünes dafür. Ja. Was haben wir denn jetzt noch so? Hier gibt es noch mal drei Bergbausysteme. Bergbausystem können wir mit was verbinden? Eine Überbrückung. Wir können in Titan R hier reinbauen. Zwei Stück. Und dann das Bergbausystem vielleicht bringt das was. Keine Ahnung. Traktorstahl-Abbild. Reichweite. Machen wir den da noch rein. Und Generator-Upgrade rein. Und dann gucken wir mal. Haben wir das Bergbausystem gekriegt. Im Trinium. Hat irgendwas gebracht vielleicht. So, jetzt machen wir den da rein. Eisenbergbau. Und das ist ein R-Eisenbergbau. Machen wir hier noch ein R-Eisenbergbau. Und den auch noch als Eisenbergbau. Und nehmen wir den noch dazu. Und hoffen, dass wir einen R-Eisenbergbau rauskriegen. Haben wir auch. Leider in der gleichen Qualität. So, jetzt haben wir 4C43. Dann haben wir hier noch ein HS-Überbrückung. Oder ein Transporter. Oder ein Handelssystem. Komm, wir schmeißen mal das Handelssystem rein. Haben wir zum Glück so einen gekriegt. Ja, jetzt geht's weiter. Jetzt machen wir wieder hier so einen kunterbunden. Und hoffen, dass wir hier den Traktorstrahl damit, weil da zwei darin sind, verbessert kriegen. Ne, ich glaube, den Überbrücker. So, jetzt haben wir hier noch 5 Waffen. Die schmeiße ich da mal alle rein. Der Bergbau war einer, ne? Da müssen wir noch einen Bergbau dabei schmeißen. Komm, wir schmeißen den da rein und beten mal für ein R-R-Reisen. Okay, wir wollen es aber loswerden hier. Da sprechen wir ganz klar von. Ist bewusst, dass das jetzt hier so läuft. Die Lady schreit schon wieder, ne? So, forschen wir auch. Da kriegen wir einen blauen raus. Wir haben jetzt noch drei von denen. Was machen wir da jetzt mit noch rein? Generator-Upgrade wäre vielleicht sinnig, weil dann könnte es ja vielleicht klappen. Komm, so und hoffen. Generator-Upgrade in der nächsten Stufe. Geschützkontrollsysteme weg, oder was? Ist halt so. Jetzt haben wir hier ein paar von. Schmeißen wir die da erstmal alle rein, dann werden wir loswerden, ne? Sind auf jeden Fall alles Bergbausysteme, ne? Na, eins ist Trimium. Zwei. Zwei. Sechzehn Asteroiden. Ja, komm, forschen. Ist auf jeden Fall ein besserer geworden. 21 Asteroiden. Und ist ein Xanion geworden. Wow. Ich hatte kein Xanion da drinne. Das ist ja cool geworden. Das ist ja cool geworden, ne? Das ist ein gutes Bergbausystem. Dann können wir nämlich da, ne? So, Hyperraum. Rein damit. Noch ein Hyperraum. Ja, die Lady schreit immer noch, ne? Unser Subraumsignale kommen da auch noch an. So, das haben wir. Ja, da haben wir nur noch die anderen beiden. Handelssystem und den Scanner-Upgrade. Der Scanner-Upgrade ist sogar für den Hyperraum vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Es gibt einen blauen raus. Und naja. Nicht so toll, aber ist jetzt so. So, den kriegen wir schon mal definitiv in einer anderen Farbe hin. Das ist schon mal richtig cool. Da kriegen wir einen blauen raus. Markierungsreichweite 4,08. Aufspülreichweite. Energieverbrauchanzler können nur einmal installiert werden. Okay. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Waffen. Ein zweiter Air-Geschütztürmer. Drei. Also den anderen Schritt brauchen wir nicht mehr kaufen, ne? Und jetzt haben wir hier vier von denen. Das sind doch mal fünf hier, ne? Auch wenn die verschiedenen Boot sind, basteln wir trotzdem höheren. Aufspülreichweite Sektor. Wow. Die Reichweite ist jetzt neun geworden. Okay. Sind wir schon mal los geworden. Schmeißen wir die hier mal rein. Das sind vierer. Und ich mache einen von den Energie-Upgrades da rein. 675, 1,1, 1,23, 1,3. Was kriegen wir raus? Okay. Generator-Upgrade haben wir gekriegt. Schade. Generator-Upgrade war das führende Ding in dem Scheiß-Ding. Was willst du machen? Ja, dann hier zack, die drei Bergbausysteme da mal gerade rein. Aber warte mal, da war das Xanion dabei. Ne, den würde ich dann doch nicht da reinbauen. Das ist ja auch schon blauer, ne? Ja, was machen wir hier weiter mit den Dingern. Ich schmeiß mal hier was rein, oder? Bergbausystem, Trinium. Trinium sind eigentlich zwei gute Bergbausysteme schon, ne? Vielleicht sollten wir die besser da rauslassen. So, das Batterie-Upgrade können wir auf jeden Fall reinmachen. Piraten greifen den Sektor an. Generator-Upgrade kommt da rein. Das Geschützsystem schmeiß ich auch rein. Da hatten wir Abstand von genommen. Wir haben hier einen Elektro-Höhlen-Polarisierer. Schmeiß ich auch da rein. Was haben wir hier noch? Einen Schild-Verstärker schmeißen wir auch da rein. Das war der letzte noch. Einen Schild-Booster. Ich glaube, da nehmen wir den wieder raus. Ich schmeiß den Schild-Booster da rein und gucke mal, was rauskommt. Ein Plasma-Höhlen-Polarisierer. Okay. Okay, das ist erstmal erledigt. Ja. Vierfach Bolter. Eisen. Eisen. Ja, Breckkopf würde ich reinschmeißen. Doppel-Bolter-Geschützt-Turm. Titan. Warte mal, das war ein RR. Den schmeißen wir da auch rein. Den Abfragter kann man auch wegschmeißen. Äh, da ist noch ein R. Der Bolter. Also einer im Unternehmen muss noch rein. Die können nur Eisen abbauen. Dann fliegt einer von den Eisen da rein. Tech-16, Tech-17. Also der da rein und gucken, was rauskommt. Doppel-Grobatitions-Geschützt-Turm. Okay. Was haben wir jetzt hier noch so vieles? Das sind zwei Batterie-Upgrade. Schmeiß ich da noch rein. Das haben wir hier. Traktor-Strahl, den wollen wir einbauen. Antriebs-Upgrade kommt da noch rein. Und die Generator-Upgrades kommen da auch rein. Und schauen wir mal, was es gibt. Batterie-Upgrade. Das ist doch schon mal schön, oder? Haben wir schon zwei von. Hier wären vier Stück von da. Was schmeiß ich da bei? Und es ist zum Glück ein Handelssystem geworden. Sechs Handelsbotensektoren, das ist gut. Okay. Und jetzt? Können wir noch ein paar Paffen reinschmeißen eigentlich, oder? Tesla. Der Abwracker kann weg. So ein R-Abracker, den wir wieder auch noch reinschmeißen. Eisen-Abracker. Doppel-Eisen-Backbar. Aber das ist kein R. Also weg. Eisen-Werkbau. Dann nehmen wir den Tesla wieder raus und packen den hier noch rein. Warte mal, was hatten wir jetzt? Abwrack. 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 Werkbau. Werkbau, aber ein Eisen. Was kommt raus? Was kommt raus? Ein Doppeltitan-Bergbau-Geschützt-Turm. Okay. Nix dolles. Jetzt haben wir die noch, ne? Doppel-Gravitations-Geschützt-Turm. Doppel-Gravitation. Eisen-Bergbau. Bergbau. Da fehlt mir einer bei, ne? Einer. Noch einer. No fun. Wie heißt das? No risk, no fun. Tesla-Geschützt-Turm. Komm, den schmeißen raus. Dann nehme ich lieber den hier. Der ist es mir wert. Und das ist der Tesla-Geschützt-Turm geworden. Naja. Die ganzen Bergbauer sind jetzt weg, aber das ist jetzt auch egal. Wir haben hier noch was. Groß-Debasta. Ja, toll sind die alle, ne? Okay. Das war's hier erstmal, würde ich sagen. Oh, jetzt sieht man unser Ding, unsere Reputation verschlechtert. So. Jetzt müssen wir mal Cut machen, weil wir haben schon 24 Minuten in der Folge. Dann würde ich sagen, machen wir mal nächstes Mal die Lady und dann gucken wir weiter. Ja, wir müssen noch definitiv was fest einbauen, ne? Oder? Wie war das? Hat sich das hier um einen Slot erweitert? Nein, leider nicht. Das heißt, wir müssen das Schiff noch größer bauen, um dann ein Slot reinzukriegen. Oder wir müssen überlegen, das war's rausschmeißen, um den Traktorstall reinzukriegen. Machen wir aber alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Aua habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wie ich es in diesem Video. Oder gerne Kommentare schreiben. Oder gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.